Ich bin die mit Hut. Ah ja, okay. Sohn ist wie der Dicke, was? Alles klar. So, gehen wir mal wieder in diesen schönen Gruselkeller. Ich freue mich jetzt schon. Aber vielleicht wartet mal, also wir haben, ist jetzt hier eigentlich schon mal jemand komplett rundherum gegangen? Vielleicht liegt hier noch irgendwie da Dorsalschlüssel, weil den haben wir bisher noch gar nicht gefunden. Bei dem. Wenn wir vielleicht mal beim Haupteingang reingehen, wo wir da ranken. Nein. Den Saalschlüssel haben wir immer von Anfang an gleich, findet man den. Achso, okay. Das ist der erste, den man findet. Achso, okay. Also doch wieder da hinten rein. Oh, hier geht es aber auch rein. Aber nicht weiter. Hier geht es aber nicht weiter rein. Also so im Keller. Oh, was ist denn das hier? Die drei Kellerkinder wieder. Mhm. Ich bin reingehübt. Ich bin auch schon kröner. Check das aus dem Haus. Es sieht, wie es ein Entrance in die Basis gibt. Wir sollten drei echt zusammenbleiben jetzt, ne? Also hier ist die Puppe auf jeden Fall. Eine markierte Puppe. Gleich wieder nehmen die Puppe, genau. So, und dann müssen wir hier lang. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Draußen, glaube ich was. Da ist er schon. Saalschlüssel habe ich gefunden. Weg. So, hier offen. Offen. Jetzt kommt es noch an. Wo sind die ganzen Puppenschwille? Und es geht schon. Oh, da ist es schon wieder irgendwie los. Hier war doch irgendwo ein Mädchen. Hier war doch irgendwo noch ein Tisch. Wo muss ich noch weiter sein. Hm. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh, was ist das für eine? Schlafenzimmer-Schlüssel. Oh, sehr gut. Ähm. Schließ mal auf, bitte. Ah, ne, das ist doch Saalschlüssel. Da dem musst du zu nehmen. Oh, Mann. Oh, ja, sie kommen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Weg. 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 Ich habe Männchen. Oh, hin denn. So, offen. Ja, die anderen musst du auch aufschließen. Will ich eine normale Puppe. Ach, ne, dann mache ich ja jetzt die Dings weg. Männchen, schüssen hier noch. Nimm mal die Puppes, äh, Wookie, bitte. Ja, hab ich. So, jetzt brauche, ähm, hier, unsere Sonja noch eine markierte Puppe. Die gehe nicht auf. Ach, wer hat die Aufschlössung? Ach, super. Hier ist ein Schlüssel. Dachboden-Schlüssel. Oh, ja, dann los, hoch. Wir müssen nämlich die Puppen freilassen. Ja, dann los. Wo geht's hoch? Ich weiß nicht, ich folge euch. Hier nicht. Hier auch. Ich hoffe, es zu mir, erstmal nach hier. Wo seid ihr denn? Langgelaufen. Hier ist eine normale Puppe. Hier geht's hoch. Ja. Wo denn? Wo seid ihr denn langgelaufen? Ab, aufgeschlossen. Hier hoch, ne? Hm? Hier hoch zum Dachboden, so ja. Ja, ja. Aufgeschlossen. Ich will Puppen. Hier. Ja, hier ist er weg zum Dachboden. So, dann... Hier. Soll ich alle da? Jo, lass sie raus. Komm her, du Schmeink. Komm her! Nein, nein! Hab sie, hab sie. Hab sie. Ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Kein Ausstüttel. Doch, du hast eine Puppe bei mir, ne? Achso. Markierte. Wir haben jetzt aber alle drei eine war. Dann los, runter. Stell. Und dann? Verbrennen. Und dann wieder... Nochmal zurück. Nützt ja nichts. Sie wird doch dann sauer und keiner hat eine Puppe von uns. Naja, wenn einer verweibelt wird, wie gesagt, das ist nicht so schlimm. Ach, hier ist noch eine. Markierte Puppe. Jetzt rechts rüber. Ja. Dann hier durch. Hier. Zurück. Achso. Einmal zu weit gelaufen. Perfekt. Das ist mir. Hier liegt noch Holz ohne Matches, falls einer braucht. Hm. Jo, jo. Du? Geh weg, das ist meine Ecke. Ich will auch eine Ecke haben. Ich verstecke mich in dem Schrank hier. Hallo. Okay, ich gehe schon mal raus. Bist du wieder hoch? Ja. Ihr braucht doch aber erst mal Holz, Jungs. Was macht ihr denn? Ich habe doch Holz. Achso. Ja, mich hat sie. Hier liegt der tausende Markierte Puppe. Also mich hat sie auf jeden Fall erwischt. Bei mir liegt ein Schlüssel, ne? Jo. Hier vorne liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Jo. So, ich gehe schon mal wieder runter im Keller. Ich habe den Haustürschlüssel gefunden. Oh, sehr gut. Ich komme mal wieder runter. Ich habe noch eine markierte Puppe. Ja, und Wookie kann dann gleich sich groß machen wieder. Boah, ist die angepisst, die Frau. Wo ist es, wo ist es Holz? Holz habe ich im Start. Wo seid ihr hin wieder? Oh. Kita, hier lief noch mal eine Markierte Puppe rum. Ich habe noch eine. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Nein. Jetzt ist das bescheuerte Feuer aus. Ja, hat jemand Feuerholz? Jo, warte, ich komme runter. Da war die Bruchhäuse. Fehlt mir gar nicht. Äh. Du hast jetzt die normale Puppe verbrannt. Wie geht das denn? Oh nein, hast du jetzt wirklich eine normale Puppe verbrannt? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Oh Mann. Hat sie dich? Ich habe mich gewitzt. So. Feuerholz. Feuerholz. Gut, ich habe Feuerholz. Ich habe auch Feuerholz. Dann wieder hoch. Nächste Puppesuchung. Oh Mann. Was ist das hier von Blacks immer? Ich bin eine Puppe. Sie kommt runter. Jungs, sie kommt runter. Ja. Ich bin nicht unten. Bin oben. Ich möchte wieder groß sein. Wo ist... Wo ist... Bin ich schon wieder übelst erschrocken. Eine neue Puppe. Eine neue Puppe. Oh no. Oh, Schlüssel. Eine neue Puppe. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Und hier lagen auch irgendwo meine Schlüssel. Die hat mich doch erwischt. Ja, ich habe gerade zwei aufgehoben. Aber die ist hier unten. Oh, die läuft hier unten rum. Unten? Ja. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen ja die blöden Puppen suchen. Ich gehe mal eins hoch. Ähm. Okay. Ja. Sie ist sauer. Geh weg. Nein, sie steht hier. Geh weg. Schnell. Ich lauf, ciao. Du im Weg. Nein, weg. Normale Puppe habe ich. Und hier liegt noch einmal eine markierte. Zumindest ich hatte eine normale. Ich bin klein. Ich bin klein. Du musst wieder groß werden. Wir müssen nach oben. Eine Stufe nach oben. Okay, ich bin im Saal. Warte mal, ich sehe dich gerade. Ja, komm her. Hier, markierte. Ja, ciao. Und los. Lauf. Bist du unten? Ja. Nein. Ich gebe ihr die Puppe. Ich gebe ihr die Puppe. Hier, nehm die Puppe. Nimm die scheiß Puppe. Hab dich gerettet. Hab dich gerettet. Los, los, los. Los, 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 los. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. So. So. Jetzt haben wir noch zwei, ne? Ne, drei. Immer noch drei. Wo ist die Puppe hin? So, ich gehe wieder hoch. Nein, ich hatte nur eine normale Puppe. Ich gehe wieder. Tschüss. So, ciao. Das müssen wir natürlich alles absuchen jetzt, wo die blöden. Wir müssen hier hinter wieder auf jeden Fall. Hier ist noch eine normale Puppe. Dann mach dich gleich wieder groß in den Keller. Feuer müsste noch an sein. Komm hier nicht. Vorbei. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Komm mit, Wugi. Ich hab noch... Wer ist denn jetzt wo? Ne, wir müssen jetzt alle nochmal kurz runter. Okay. Feuer brennen? Jo. Jo, passt. So, und jetzt... Sanjo, musst du mir mal mit zu mir kommen. Boah, entschuldige ich irgendwo. Wo bist du denn? Schau mal da. Wie kann man denn immer so schnell abhauen? Ich verstehe es nicht. Bist du hochgegangen? Du warst eben gerade noch bei mir. Wo bist du schön? Ich bin jetzt eine hochgegangen. Ja, ich komme. Also ich bin unten im Saalraum. Ja, auch gleich. Aber sie ist bei mir hier irgendwo. Die Wälderzippe. Das ist so verdammt dunkel, ey. Hier ist eine normale Puppe. Ja, hier im Saal bin ich doch. Und wo ist Sanjo? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin da, ich bin da. Hier oben. Hier oben ist noch eine normale Puppe. Komm mit. Komm mit. Ah, nicht noch. Und hier nicht eine markierte Puppe. Wo bist du? Ich habe einer. Hier, Sanjo. Jetzt komm doch mal mit. Ich komme hier nicht durch. Die scheiß Türke lässt sich nicht aufmachen. Schlafsimmer. Na, endlich. Hier, die auch noch. Die auch noch. So. Also, ich habe eine markierte Puppe. Ich auch. Ich nicht. Ich nicht. Dann fehlt uns noch eine einzige dann, oder was? Ja. Oh nein. Wo soll die sein? Ich habe gerade gar keine Puppe. Da, eine kann ich auf jeden Fall schon mal verbrennen. Die liegen noch zwei normale. Die kann ja, eine kann ja Buggy nehmen. Wo ist denn normale? Hier. Hier, komm zurück. Ach ja. Ja, absolut. Jetzt brauchen wir noch eine verschissene Puppe. Also, Buggy, du musst jetzt mal bei mir bleiben. Hier nicht. Hier nicht. Weg, weg. Ah, die Puppe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Buggy, du musst dir die Puppe nehmen. Mit ihm. Mit ihm? Ja, jetzt. Oh, danke. Ich sehe nichts mehr. Oh nein. Hier liegt. Was? Ich glaube, mein Spiel hat sich verabschiedet. Mal eine Puppe. Nein. Buggy, nimm mal die Puppe hier bitte. Ja. So. Mein Spiel hat sich verabschiedet. Nein. Nein. Dann komm schnell wieder rein. Das geht nicht. Ich kann nichts mehr machen. Oh. Buggy? Ja, ich bin da. Ich auch. Geh einfach. War doch nicht so. Hier ist noch eine normale Puppe. Sie schickt vor mir und sagt, ich hab Angst. Weißt du, wie ich dafür... Es war nur das Licht aus. Ich bin eine Puppe. Leider ja. Ach komm, dann müssen wir runter in den Keller. Äh. Äh. Ciao. Ach nee. Doch, hier lang. Hä? Was, Roland? Wo seid ihr denn jetzt? Runter in den Keller. Wir müssen Sanjo retten. Was ist denn los? Oh, die Puppe, die Puppe, die Puppe, die markierte Puppe läuft weg. Hier läuft sie. Schnell, Sanjo. Ich kann sie nicht nehmen. Ich bin eine Puppe. Äh. Ich kann sie nicht nehmen, weil ich hab eine normale und die Alte ist hier. Oho. 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 Schnell in den Keller runter. Oho. Mich kann ja nichts passieren. Ich bin unter dem Keller. Ich komme. Komme. Alter, ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Warte. Hä? Jetzt. Boah. Komm, mach dich groß. Aber verbrenn die Puppe nicht, Wugi. Nicht die Puppe von der Puppe. Nee, nee, mach ich nicht. Hab ich noch nicht vor. Ach, doch die Tür zu. Macht, Wugi. Ja, aber wir müssen doch wieder hoch. Wo war jetzt die markierte Puppe? Also, ich hab eine. Okay, eine war noch. Oh. Boogie, gib mir die Puppe. Habe ich, ich mach sie nicht, ich mach sie nicht, ich mach sie nicht. Jetzt. Wir brauchen die Schels. Mache. Keine Puppen hier, Mann. Hä, Mann, was packt das hier immer so rum? Ich hasse das. Also, ich sehe gerade nichts hier. Weder Puppe noch irgendwas anderes. Boah, ich hab halt gar nichts gerade, ne? Äh, da ist es schon wieder. Wo ist denn hier? Mann. Tanjo, komm mal mit. Wo hast du die ganze Schlüssel? Ich hab keine Schlüssel mehr. Ich wurde zur Puppe gemacht. Ich hab sie, ich hab sie, hier ist sie. Kommt mit, kommt mit. Nee, mit mir. Äh, mich hat sie erwischt. Ich war genau hinter dir. Da ist sie, da ist sie. Puppe, wo ist sie? Da ist die Puppe, da rennt sie. Ich seh ihn, auuuh, ja, geh weg, geh, weg, weg. Martin, schnell. Oh, sieh dir. Oh, sieh dir. Das sagst du so einfach. Bleib stehen. Ich bleib. Nee. Martin. Ich hab sie, runter im Keller. Ich hab kein Holz mehr. Verdammt. Ich hab Streichhölzer bloß. Oh, ich find mich schon noch nicht zurecht hier. Oh, mein Gott. Wir haben alle Puppen, wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, ich komme. Äh, Keller? Hallo? Wo ist hier der Keller? Was ist denn dein? Macht hin! Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz. Jetzt sagst du, er will ist kein Holz. Oh, die Schule ist bei mir hier irgendwo, ich bin verrückt. Nein, bitte nicht. Sanjo! Nein, mich hat sie. Nein. Sanjo, komm runter, kommt alle beide runter, schnell. Feuer brennt. Ja, ich weiß nicht. Ich hab mich so da verlaufen. Ich hab keine Ahnung, wo ich so da bin hier. Jetzt ist die scheiß Puppe wieder weg. Ich kotze ab. Ja, Puppe ist weg. Ah, da ist es schon wieder. Alles klar, ja, ciao. Dann packt das auch noch hier, Mann. So, ich komme runter. Da hast du ein Jockey. Ach, das ist das richtig. Ach hier, oh Mann, ey. Jetzt hab ich mich, glaube ich, verfranzt. Also als Puppe ist das so behindert. Ne. Was ist jetzt? Wer macht die Küsten? Hat sie dich? Ja. Unten ist Feuer, ist noch an. Ich geh dann direkt schon mal weiter suchen. Ach nee, ich wollte gerade sagen, die Puppe ist da, aber das war Woogie. Ja, das war ich, ja. Ich sehe, ich sehe. Ich habe alle Schlüssel. Ich habe alle meine Schlüssel wieder. Woher sind denn? Wie das so wüsste, ne? Ich habe so ein bisschen Holz gefunden. Und ihr müsst alle. Ich habe die Puppe, ich habe aber nur, ich habe schon eine. Ich habe schon eine. Wo, wo, wo? Oben. Ah, zurück. Sonja, zurück. Die kommt ja hinterher. Ja, hat mich. Mann. Krass. Ah, leg da. Wicke, 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 wicke. Hier ist die Puppe. Puppe, Puppe. Ich habe sie. Los runter, geht runter. Macht schnell. Ich habe sie. Ich zünd' an, schmeiße rein. Oh. Tür zu. Oh, 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 oh. Was, immer noch zwei? Da fehlt uns doch immer noch eine. Was, immer noch eine? Ja, wir haben noch zwei, die letzte darfst du jetzt nicht reinschmeißen, das ist rot. Ach so. Also uns fehlt dann immer noch, nee, du machst einen Wirbel hier. Wir haben doch nicht mal die letzten. Uns fehlt immer noch eine. Scheiße. Boah, ich habe mich schon gefreut. Ich mich auch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier schon wieder bin. Sanjo, bist du schon wieder groß? Nein, ich bin immer noch klein. Ich bin hier runter, was Feuer ist an. Nee, jetzt nicht mehr. Der braucht ja Ewigkeiten. Warte, 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 warte. Ja, danke. Los geht's. Jetzt sucht, bitte. Was hast du denn da noch für eine Puppe in der Hand? Nee, markierte. Ach so, okay. Sucht alles ab. Sucht alles ab. Also ich bleibe jetzt bei euch. Ich gehe jetzt bei keinem Stück. Kein Stück mehr woanders hin. Wenn das hier nicht so rumpacken würde. Manchmal bin ich ganz woanders. Komm mal. Obwohl ich da noch nicht hinlaufen bin. Bitte, da oben. Ja. Los, los. Los, los, los. Sie kommt. Sie hat mich. Hier ist noch eine normale Puppe. Aber so ist sie beruhigt. So ist sie wenigstens erst mal beruhigt. Ja, aber nicht lange. Ich habe normale Puppe, aber erst mal kein Holz. Aber ich habe noch. Sucht die Puppe. Komm, Sanjo. Ja. Komme. Wo ist sie? Sie geht runter. Ja, sie geht runter nach links. Nach rechts. Gehen müssen wir aber. Oh, schon wieder? Mach einen Schuh. Die Pissnäcke geht mir so am Sack. Jo. So groß. Was hängt hier fest? Krass, ich hänge fest. Die steht vor mir. Ach du Scheiße, die ist drin. Die steht hier vor mir. Ja, und du hast ihr die Puppe gegeben, ne? Oh nein. Oh nein. Sie hat sich genommen, höchstwahrscheinlich. Los, dann haben wir Zeit. Dann haben wir Zeit. Los, Stephanie. Beilt euch. Ich halte sie ein bisschen auf. Ich unterhalte mich mit ihr. Und sonst wo ist das Mädchen? Alles gut mit ihr. Oh, die ist schon wieder sauer. Ähm. 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 Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ähm. 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 Mich hat sie. Bist du ins Haus gelaufen? Raus, ja. Vielleicht ist sie ja auch draußen, diese blöde Mistpuppe. Ey, da steht diese blöde Zippe vor mir. Und steht immer noch drinne hier. Oh nein. Das ist auch nicht. Jetzt zippst sie raus. Ja, sie zippst sie raus, aber ich bin ne Puppe halt, ne? Tür zu, blöde Zippe, ey. Echt. Spät mich da ein. Sie läuft nach oben. Ah, ich seh sie. Nein, 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 nein. Wir dürfen die Puppe nicht verlieren. Die ist hinter dir her, aufpassen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die ist genau hinter dir. Ich brauch Holz. Ich muss nicht wieder bei dem. Warte, 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 warte. Holz, 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 Holz. Ist denn hier Holz? Hallo. So, gewandt. Die sind hier irgendwo unten. Kein Holz. Wir müssen uns langsam mal spülen. Das Holz bekommen wir langsam. Echt irre. Oh, Mann. Ich mach Feuer an. Ne, jo. Ne, jo. Passt. So, dann hol ich mir gleich nochmal Holz. Damit ich will es haben. Wir dürfen uns jetzt auf jeden Fall echt nicht mehr trennen, ey. Das ist scheiße. Hier ist noch eine Tür. Vielleicht ist sie hier drin. Zahri. Ja, ich wurde zur Puppe. Meine Schlüssel liegen. Also irgendwo. Bei der Küche. Wo es runter in den Keller geht. Da irgendwo liegen meine Schlüssel jetzt. Okay. Leider, leider. Das war wo? War doch hier hinten eigentlich. Also ich kann zumindest Feuer machen, dass du mein Weg ruht. Nein. Nicht? Ich habe die letzte Puppe verloren. Oh, nee. Mach schnell Feuer aus. Wo geht, bitte? Ja. Feuer ist am Start. Bummer. Kommt runter. Boah, ich finde hier wieder nischt. Ey, das gibt es doch gar nicht. Jetzt ist natürlich die vorletzte Puppe auch noch weg, wa? Sie kommt. Wo ist sie? Weiß ich nicht. Lauf! Ich will doch nicht raus. So, Küche. Wo sind die Schlüssel? Hier war doch die Küche. Ähm. Ciao. Oh, man sieht es auch so schlecht, ey. Zum Teil, ne? Kann das sein? Mit diesem Kack-Ding. Also unten im Keller ist auf jeden Fall noch eine Tür zu. Da wird die bestimmt drüber sein. Die Kellerschüssel, ja. Aber wo sind denn die Schlüssel? Du musst unbedingt Feuer unten anmachen, Bury. Ich hab nur, ich hab auch kein Holz mehr. Aber hier unten ist doch bestimmt noch irgendwo. Hier ist das Holz. Hier ist ne Puppe. Die steht hier hinter der Tür, die Sau. Ich weiß immer, wo ihr seid, Alter. Ich bin schon wieder. Und ne im Keller. Keller, Keller, Keller. Bist du Keller, ja? Ist das ne Markiere-Puppe? Ja. Dann ist das die letzte, ne? Oder? Nein, ich hab doch keine mehr. Wo seid ihr denn im Keller? Hier ist Holz, ähm, unten an der Küche. Ich seh jetzt im Teil gar nichts mehr. Leute! Wo geht's? Ja, ich such euch gerade. Ich hab Holz gefunden, okay. Ich hab Holz. Oh, dann schnell. Jetzt muss ich den Weg jetzt mal zurück. Oh mein Gott. Hallo! Ja, ja, ich beeil mich ja. Ist an. Ja. Ich gucke die Puppe jetzt. Warte euch oben. Die kann aber auch schon wieder weggelaufen sein. Also ich soll, wie wenn die Nähe irgendwo aufpassen. Die läuft schon wieder rum. Das ist mit dem Puppigen-Drecks-Ding. Hör mich abzu. Okay, Feuer, das hab ich gerade angemacht. Vielleicht brennt's noch. Ey, wir müssen uns langsam mal echt sputen, weil wir haben hier langsam kein Holz mehr, ey. Keller-Schlüssel hab ich nicht. Wo sind denn die ganzen Schlüssel? Wo sind denn die ganzen Schlüssel? Ja, ich weiß nicht mehr, wo die liegen. Wo bist du? Ich bin unten im Keller, aber Feuer soll raus. Ich hab' aber auch kein Holz mehr. Ich hab' heute ein Streitkölzer, so ist es nicht. Oh, heb' das noch auf. Kannst du das nicht trocken? Wenn ich das wüsste, wenn ich wüsste, wie der wüsste, jetzt geh' ich. Hör dir, aber das geht irgendwie nicht. Wofür brauchst du das Holz? Ich hab' Holz. Ich hab' Holz gefunden. Okay. Ähm. Ich hab' aber auch kein Holz. Ey, lass uns so machen, lass uns nicht trennen, nicht abbauen. Ja, okay. Lass uns so wie alles zusammenbleiben. Hier lang, hier lang. Hier lang. Schön, dass ihr zusammen seid. Ja, wo bist du denn schon wieder? Komm, hier lang. Ich hab' die Puppe noch. Okay, hat jemand noch eine normale Puppe? Nee, ich hab' gar nix. Los, Leute, wir müssen die jetzt finden. Wir müssen Aayna nach oben, wahrscheinlich. Nicht so schnell. Oh, ich hat sie. Oh. Direkt hinter dir ist von mir. Was, ich kann das jetzt nicht, das Feuerholz nicht noch verschwenden. Ich kann die nicht nachhauen. Oh, 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 hier ist sie. Komm hier. Ja, eine. Ja. Brauch aber noch eine. Unten im Keller war noch ne Tür zu. Ja, den Keller Schlüssel brauchen wir. Ja, wo sind die ganzen Schlüsse? Wo hast du die verloren, Sanyo? Hm. Wie gesagt, irgendwo bei der Küche, glaub' ich. Hier sind nirgends wo Schlüssel bei der Küche. Ich hab' Feuer angemacht. Ach, hast schon. Ach. Woogie. Ich bin schon los, ich bin schon. Alles safe. Ich darf nicht, ich darf nicht so cool werden. Woogie, du bist jetzt mein Schild. Eine Puppe sind wir, aber brauchen wir noch, ne? Ja. Ihr müsst noch eine einzige finden. Äh, okay. Wo waren diese Türen, die noch zuwirken? Unten im Keller, aber wir haben keine Kellerschüssel mehr. Schlüssel sind weg. Das sind aber, glaub' ich, nur Back-Sit-Exit-Gaming-Türen. Das heißt, da kommst du schneller als woanders hin. Aber vielleicht ist gerade da, hinter der Tür, diese blöde, verschissene Puppe. Die wir hier die ganze Zeit nicht haben. Wo seid ihr schon gerade? Also, ich bin an der Kellertreppe. Und ich bin im Keller, weil ich ne markierte Puppe habe. Aber man hört's ja auch nicht tappeln, ne? Nee. Oh, die scheiß Schlüssel. Wo sind die denn? Ah, die wird doch nicht nochmal hoch heranziehen, oder? Oh, da war sie. Geh weg! Oh, da war sie. Guck' jetzt nochmal auf'n Dachboden. Die kann überall sein, leider, wenn die rumläuft, die blöde Kuh. Ich hab' noch ne normale Puppe gefunden. Oh, das ist gut damit. Ich hab' die ganzen Schlüssel gefunden. Ah, gut. Ah, die hat mich erwischt! Gucki, bei mir! Du musst die Puppe schnell nehmen! Boah, nein! Dann haut die doch auch wieder ab! Wo bist du denn? Unten noch! In der Lobby! Hier! In der Lobby! Ja! Wo es... Die eine Treppe nach oben geht, die geht jetzt wieder hoch, die alte. Hier, ja, ja! Du warst richtig hier! Ich blende mit dem Licht! Nein, sie rennt weg! Ich renne ihr hinterher! Ich renne ihr hinterher! Ich renne ihr hinterher! Die Puppe geht hoch! Ganz hoch! Ganz hoch! Ja! Und... Jetzt... Hast du ein Schwein, ey? Die war kurz davor! Jetzt ist sie weg! Sie hat meine Puppe genommen! Hier! Hier! Sieh, 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 sieh! Schnell! 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 Hab sie! Aber wir haben nur noch eine... Fehlt trotzdem noch eine! Ja! Aber wir haben wenigstens die Aspartie! Und Wugi, du darfst jetzt nicht... nicht zur Puppe werden! Also wie schnell ist diese alte Kuh? Die ist heute mal richtig flott unterwegs! Immer sauer! Die soll sich mal beruhigen, die Omi! Wo seid ihr jetzt, ne? Omi, lieber! Ich bin eh ne Puppe! Äh! Nein, mich hat sie! Oh nein! Nein! Und wo bist du? Schau im Bad! Bei Bart! Ich hab die markierte Puppe! Ja! Na prima! Seid ihr alle beide Puppe? Ja! Und... Und... Wo steht die letzte markierte Puppe? Kannst du Feuer anmachen? Ja! Dann... Wugi, dann mach dich groß bitte! Und ich bleib bei der Puppe! Ich folge die! Nein, 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 nein! Wo geht's denn hier runter? Ich lauf grad diese Puppe nach! Feuer brennt! Warte, 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 warte! Ich komm runter! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Aber jetzt weh ich den Weg nach unten nicht! Ich werd ver... Die Puppe ist hoch gerannt! Ja! Schön, aber ich fühl dieses Weg gerade nach unten nicht! Äh! Wer bist du hier? Wer fette? Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Ich bin unten! Warte, jetzt hab ich wieder verlaufen! Hä? Nein! Das Feuer brennt, Wugi! Ja, ich... Ist schön, aber... Als Puppe hast du es so behindert zu laufen! Ich hab eine markierte Puppe! Hilfe! Hilfe! Oh Mann! Alle haben gegen die Dunkelheit verloren! Waaas! Scheiße! Ich wär jetzt gerade im Keller gewesen! Ich auch! Nein! Euer Ernst! Es ist ein bisschen zu spät gewesen! Ohhhh! Das ist so kacke, wenn du dich auch noch verläufst! Das hasse ich wie die Pest, ey! Ich hatte... Ich hatte... Ernsthaft? Ich habe die letzte Puppe gefunden! Ohhhh! Prima! Und in dem Moment... Und in dem Moment wurde Wugi auch noch zur Puppe! Und der hatte ja die... Die andere noch! Ja! Das ist ja das Problem! Tja, irgendwann werden wir das auch schaffen! Irgendwann! Auf jeden Fall! Irgendwann mal! Tja, dann war's das auch mit dieser Folge! Ja! Tja! Bis zum nächsten Mal dann, ne? Bis dann! Tschüss.